Herzlich Willkommen zu Warhammer Dark Ohm. Wir spielen alle Playstation 1 Spiele an und sind im Mai 98. Hauptmann Bernhard Söldner Armee, die Gräubringer, verteidigen einen kleinen Handlungsposten gegen Angriffe von Goblins. Ohne zu ahnen, dass sich böse Kräfte in den südlichen Landen zusammenrocknen. Oha. Ist wieder ein sehr leises Spiel. Ich hoffe, es geht dann nachher in der Nachbearbeitung. So, Einheit platzieren. Ich würde sagen, alles rein, ne? Wortfahren. Kritik war so ein bisschen, ja okay, genau. Ich konnte es mir vorher nicht anhalten. Wurfgeschoss, Magie, okay. Zum Bewegen gedrückt halten und zum Zoom rotieren. Nix, äh, und. Naja, ich bin ja Command-In. Conquer. Profi. Wird schon. Naja, das wird fatal werden. Okay, so, folgendes. Ähm, okay, das ist die Kamera. Wie summe ich jetzt raus? Kann ich nicht rauszoomen? Truppen aufstellen, ne, aber. Hm, okay. Ähm, wurde teilweise, oh, als unsspiel. Spielbar bezeichnet auf der PS1. Genau, Profis kommen da nicht zurecht, wurde gesagt. Okay. Cool. Kannst aber mit der Playstation-Maus spielen. Okay. 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 Kann ich denn Einheiten markieren? Mh, anscheinend nein. Ach, ich glaube ich denn. Versuch das gerade nochmal mit der Karte, aber rauszoomen kann ich irgendwie nicht. Okay, dann versuche ich mal, Truppen aufzustellen. Kann ich die jetzt nehmen? Ah, guck mal. So, die Reiter setzen wir hier. Da sollten die Bogenschützen sein, ne? Ah, okay. Ja, dann würde ich euch mal hier platzieren. Ja, wenn du nicht mit einer großen Truppe gewinnst, dann... Äh, geht dir das Geld aus, du kannst die Sachen nicht verbessern und irgendwann hast du dann nur noch ein paar Leute. Spannend, ne? Spannend. So, folgendes. Jetzt bewege ich euch. Dachte ich. Hierhin. Ist ja mit dem Controller wieder... Spannend. Kann ich dich nehmen? Ne, okay. Folgendes. Ich drücke einfach auf Start. Keine Ahnung. Ja, aber ich krieg's halt auch nicht rausgezoomt. Okay, ich werde mal die hier... Ach, das sind Gegner oder was? Hä? So, das Gegner? Achso, Feine. Das sind doch keine Gegner, oder wie? Oder doch? Ah, guck mal hier, sind die Gegner. Ah, die Steuerung, ey. So, ihr... Angriff auf die hier. Und ihr geht nämlich... Äh, hier rauf. Und die Schwarzmagier... Sind, glaub ich, die hier. Nein, jetzt hab ich mich verklickt. Du, ihr solltet angreifen. Okay, C vernichtet. Äh, ich kotze. Äh, ihr sollt auf die hier... So, okay. So, dann nehmen wir die. Die hier. Und ihr geht hier auf Angriff. Und ihr... In den Kampf. Geht hier auf Angriff. Das lässt sich katastrophal steuern. Jawohl, Sir. Ah, okay. So, ihr sollt nämlich hier schon mal angreifen. Jetzt seid ihr nicht mal ausgewählt, ne? So, wart mal. Ihr sollt hier angreifen. War das richtig jetzt? Naja, glaub ich nicht. Greifen jetzt an. Ja, und dann flüchten wohl auch welche von dir. Und ihr habt irgendwie keinen Bock anscheinend. Hier. Ja. Und die flüchten, glaub ich. Okay. Flüchtet ihr mal? Was ist mit euch jetzt? Habt ihr keinen Bock mehr? Könntet ihr mal hier drauf gehen? Im Nahkampf musst du wohl den Hero-Button aktivieren. Habt ihr das Ziel vernichtet jetzt? Ja, okay. Dann will ich euch... Äh, ist so schlecht zu steuern, ey. Danke für die Einführung übrigens. Hätte ich nicht den Artikel von Maniac gelesen, hätte ich gar keinen Plan. Habe ich auch so nicht. Es ist doch... Ist so, so schwer, überhaupt irgendwas auszuwählen. Okay, hier. Ah, cool. Das ist an der Seite angezeigt worden. So, da rauf. Dann haben wir noch die hier. Ihr sollt auch hier rauf gehen. Hahaha. Wie ein Fiebertraum, ey. Wie ein Fiebertraum. Na, dann musst du natürlich wieder Truppen, Truppen auffüllen nach dem Kampf, ähm, Waffen, Schilde kaufen. So, und dann kannst du irgendwie den Hero-Button smashen. Sag mal, hört auf. Ich krieg's halt auch nicht ins Bild. Wie Feindgesichtet. Achso. Ähm, ne, greif du mal. Ah, okay, cool. Kannst du so alle auswählen? Okay, das ist ganz cool. So. Nehmen wir noch euch hier. Und ihr greift auch noch... Ihr greift mal hier rauf an. So. Und... Ihr greift mal hier rauf an. Ihr helft euch. Ich kann euch nicht helfen. Müsst du es selbst helfen. So, jetzt Hero-Button. Damit pushe ich die Moral. Ah, ja, okay, okay. Siehst du, unten rechts das Blut ansteigen. Blut ist immer gut. Ähm, greift noch jemand an oder? Kein Bock, kein Bock. Okay, cool. Und auf dem PC war das Ganze höher aufgelöst. Vorgänger ließ sich aber... Wir hatten schon im Schatten der Ratte... Äh, angespielt. Und das ließ sich wesentlich besser. Intuitiver steuern, wie ich da meine. So. Kann ich jetzt... Mission beendet. Ah, okay. Okay, okay, okay. Mission beendet. Okay, Start oder was? Ah, ja, okay. Achso, und du kannst da noch irgendwie Zombie-Armeen töten. Also, wenn du schon da bist auf dem Schlachtfeld. Ist aber alles super verwirrend. Nächste Seite. Und du kannst immer speichern, wenn du nicht in der Schlacht bist. Erbeutet, okay, okay, okay. Getötet, okay. Tote 9, 11, 3. Ich bin mal gespannt, was jetzt die Anzeige ist. Ein Schlachtfeld ist wie ein Bankett mit dem Fleisch gefallen. Okay. So, Truppenliste. Bargeld, okay. So, und jetzt kann ich hier Einzelverstärkung. Einzelverstärkung, Einzelver... Ja. Rüstung kaufen. Achso, Armeeverstärkung. Keine Kohle oder was? Rüstung. Nee, Armeeverstärkung. Aber geht nicht. Nee. Zauberobjekt. Haben wir hier. Okay. Okay. Achso, und dann könnte ich aus dem Inventar eins rausnehmen. Okay. Kann ich hier durchschalten. Ja, das ist das. Durchschließen. Achso, du kannst das auch wiederholen. Okay. Hast wohl hier altdeutsche Namen, sowohl im Englischen wie auch im Deutschen und Lateinisch. Also mit altdeutschen und lateinischem Städte nehmen und Städte? Namen. Wurde gearbeitet. Okay. So, kann ich jetzt noch... Nee, kann ich nichts mehr ändern, ne? Nee. Okay. Schwarzes Gebirge. Wald von Lorien. Das Motland. Okay. Bin eh gespannt, was bei Warhammer alles noch so kommt. Morgen. Okay. So, und jetzt können wir alles hier reinhauen. Okay. So, ich versuch's nochmal mit dem rauszoomen. Oder ist halt schon das Maximale rausgezoomt. Ja gut, aber passt doch erstmal, ne? Also wahrscheinlich nicht, aber ich würde trotzdem einfach mal auf Start drücken. Zum Angriff. Achso. Das sind die Feinde. Ich denke mal, die kommen jetzt erst. Achso, da sind die Feinde. Ja gut. Geh doch mal da drauf. Alter. In den Kamm! In den Kamm! so und jetzt kann ich doch irgendwie was drücken ach so jetzt kann ich auch den machen lustig kann ich auch die truppen und wie durch wechseln kann so motivieren anscheinend weiß ich wie weit die karte geht und ob die rauslaufen können schenken wir alle hier drauf und da kommt ein boss denke ich feind vernichtet es musste aber irgendwie auch wechseln können ah dieser zoom anstrengend so und wenn ich die jetzt auswähle genau kann ich das hier machen habt ihr die jetzt kommen auch die gegner wie rückzug hört auf jetzt ist die moral hoch so ist schon beendet ja ich würde sagen wir haben es mal angespielt wenn es euch gefallen hat super gerne daumen nach oben wir spielen alle plästischen spiele chronologisch an euch einen wunderschönen abend und bis zum nächsten video bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin